Oiaaa! What up, Mommies! Yeah, heute ist ein erster Tag. Mies die auch, war du mich? Oh nein, da hast du ja einen Fursky Button. Das ist so ein Tufer. Denn heute createn und don't deviaten wir. Was heißt das? Sagt euch nun? Well, let me tell ya. Heute treffe ich mich mit dem... Und wir haben mindestens mal zwei Projekte, die wir umsetzen müssen, die wir dann auch noch schneiden müssen, ja. Ich kann jetzt schon abschätzen, dass wir fürs Schneiden etwas weiteres createn müssen, und zwar ein Power-Energy-Drink. Der ist super relativ. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich würde sagen, äh, lass anfangen. Das erste, was wir heute createn und nicht deviaten, ist eins. E-Casting. Was ist denn ein E-Casting? Da machst du ein Casting. Also heutzutage, wenn du einen Film machst, da machst du ein E-Casting, weil es ist günstiger für die Leute, die es machen. Und wir haben dann den Aufwand. Wir müssen alles filmen. Genius! Wir haben jetzt hier einen Script, das ihr aber leider gerade nicht sehen könnt, weil es geblurrt ist. Ah, gotcha! Und das werden wir gleich durch-acten. Dabei wird der liebe Phil gefilmt. Oh yeah! Um seine Acting-Performance zur Schau zu stellen. Die erste Creation ist nun created. jetzt würde ich sagen, fooden und bro, ich glaube, ich weiß, dass du essen. Ich auch, Digga. Echt? Oh! Ching chum chum chum! Ching chum chum! Ching chum chum! Ching chum chum! Ching chum chum! Heee! Teil it is! Teil it is! Teil it is! Manchmal, Leute, kann man nicht alles mit dem Leben haben, aber auch dann gibt es eine gute Devise und zwar... Oh, Leute! Ganz genau. IP-Sconse Gang-Pack. The Gang-Part. Ok. Noch was für ein Winkel? Ähm... Einmal eine Cola. Wie macht ein YouTuber seinen Drink auf? Sheesh! Yeah! Success! Foodporn-Time! Als nächstes kreaten wir ein Junggesellen-Video mit diesem Camera-Setup. Genius! Phil! Bim's ready! Okay, erfolgreich haben wir zwei Sachen created. Absolut! Aber das Ding ist halt, wir müssen die ganzen Sachen jetzt noch schneiden. Und dafür braucht man Energie. Und deshalb kreaten wir jetzt mit diesem Mixer den Level Over 9000 Energy Shack! Yeah! Let's get it! Erste Zutat! Mate! Virus Energy! Chia-San! Cause we want it to be healthy. Watermelon! Fruchtzucker, meine Freunde! Ne Friese Ingwer gegen alle Krankheiten der Welt! Alpweiß-Bruhwort. Geschockte Muscle. The Food Supplements. First, but not least. A little bit of coffee. Oh! Well, that was very elegant. Yeah. I liked that. It was. Oh, beautiful. Yummy! Cheers! Cheers! Well, actually, it's quite tasty. Delicious! Und ich will nicht wissen, was für ein Energy Kick das jetzt aussieht. Also, ihr könnt euch nun auch wunderbare Videos auf dem Junggeselle-Kanal, auf dem Selma-Dobels-Kanal und auf dem Schlaude-Kanal folgen. Ohi! Ja! Ich bin jetzt schon auf NRW, Alter! Lass schneiden! Liken! Teilen! Hier ist die Kasteile! ptioning Bis zum nächsten Mal.